Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play von Avatar. Ich begrüße euch hier ganz herzlich. So und jetzt geht's wieder weiter. Wir haben schon bereits eine Mission angenommen. Und zwar müssen wir hier technische Unterstützung, Level 8. Jetzt müsste ich nur gucken, wo das ist. Wo haben wir denn das? Warte mal. Ist das irgendwo... Ich glaube... Ausrüstungskorb? Nee. Neue Quest. Wo ist sie denn hin, die Quest? Die Karte ist auch ein bisschen... Manchmal auch unübersichtlich, muss ich sagen. Also wenn man... Man kann ja so rauszoomen. Wohin muss ich denn? Ich probiere es mal so. So. Also in die Richtung auf jeden Fall. Dann gehen wir mal los. Und gucken... Wo ist er jetzt hin? Da. Da oben. Ich flirte mit niemandem. In die Richtung. Wo bist du? Der kommt jetzt nicht. Warte mal. Ein andermal warte jetzt nicht. Jetzt muss ich erst mal eine andere Mission machen. Schön, dich zu sehen, Fluff. Flügel, Fluff. So. Da hinten, Fluff. Also doch da weiter oben. Ja. Die Fabrik haben wir noch nicht ausgeschaltet, ne? Na ja, der Wald sieht ziemlich mitgenommen aus hier vorne. Ich glaube, das ist die Fabrik da. Der Ziva sagte, es ist an der zerschmetterten Brücke am Osten. Im Osten. Sie reisten von Steinblöcke. Blüte, Bogen aus nach Süden. Es war am Oststufe der Flussesergebäuten-Säule. In der Nähe von Gysirin und einer schiefen Säule. Okay. Dann fliegen wir mal dahin. Das ist aber ganz schön weit, Turma. Ja. Ich bin ein bisschen. okay volle granate voraus das könnte ja eigentlich ja das ist immer noch sehr weit das war denn das für ein komisches ding davon schon gedacht wasser das sich waagerecht durch die felsen zieht langsam spart ihr die energie kann erschöpfung verbrauchst du siehst und dann wird das erschöpfung wir können den mal gucken ob wir was zu futtern haben hier guten steak das hast du am liebsten oder flof sehr schön kommt unser ziel immer näher doch sie ist habe ich doch richtig gesehen das sind die finde die sich so das sind die hier ein in chile das sind auch schöne welten das muss man denen da muss man den der drei helikopter das ist da unten wir haben uns gesehen ich bin mir direkt auf die früge ab mit dir ein gesinkflug da ist er gegen die felsen geschmettert dann geht es mal hier weiter und da ist noch mal so eine raffinerie wollen wir die mal zerstören ich sehe eine auszugmaschine das sieht übel aus und ist ein todesurteil für den see ich habe zuerst die kabel von den bohrern das ist im see ich gehe mal von der seite aus so einfach sind die doch nicht zu besiegen kabel können da hinten ist einer könnte man auch ich nehme mal pfeil und bohren wo ist er denn da der terminator schild durchbrochen doch nicht wir sind du kannst in die glaschweiber rein zack und nochmal okay den haben wir erledigt ich sehe den leider so schlecht herstellen warte mal da ist er jetzt den haben wir da ist noch einer na komm schon kommen aus der deckung aus doch hoch ein stück so dann gehen wir mal zurück jetzt packen wir uns mal den ich glaube der ist gut gepanzert der ist gut gepanzert wir könnten aber auch die hier nehmen okay wir probieren es mal mit der jetzt gehen wir noch mal hoch Achtung ab in die Luft da ist er doch da da ist ein kleiner mannequin aber okay da ist der andere na komm aus der ecke raus wo haust du den ab wo das hat mich schwer da ist er ich habe ihn nicht erwischt nein jetzt habe ich ihn erwischt keine dapofit kapseln mehr okay so da hinten ist er doch wir gehen jetzt noch mal auf ihn ran ich muss was zu mir nehmen sonst okay sonst wird schwierig sein lass mich mal gucken was können wir denn nehmen der ist hier nehmen wir noch mal ein bisschen holz mit das nicht wof 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 das war es für dich das war der letzte hier wo haben wir denn noch eine gelassen diese blühe zu schwimmen ist nicht gerade gesund würde ich sagen vielleicht haben wir noch mal ein bisschen was hier nehmen wir das auch noch mit da ist noch was das können wir auch noch mitnehmen die maschinen hier warte mal dann müssen wir erstmal die pfeile wechseln das haben wir zerstört wo gibt es denn noch was zu zerstören da unten muss es sein sie kommt ja immer noch warte mal da hinten so ein zweiter den grüßen wir auch noch mal drei phasen raus hier noch einen dritten oder was ja noch ein dritten wir nehmen uns auch mal vor ach da oben doch wieder hochklettern so machen wir hier den schrott zu damit hat sich das mit gefällt mir